Die Kunden, oder was, hier? Oh, das ist hier vorbei. Oh, komm! Die Offiziere sitzen in ihrem Elfenbeinturm. Sie sagten, dass noch ein Team auf der Suche nach White Knight verscheuert ist. Diesmal kannten sie aber ihre Position. Und sie hatten ihren letzten Funkspruch erledigt. Sie haben die Stimmung nicht erkannt. Ich schon. Versuch mich, ihr Christ! Weitmacht will sterben! Alles, was er geschaffen hat, hat mich gegen ihn gewaschen. Komm her, die Kleidung! Wir haben hier viel geschehen! Bleib weg! Das ist das letzte Lammenschwoll. Wir haben hier jetzt auch noch weiter. Es ist blöd, ja. Doch da musst du durchschauen. Du wirst drüben. Vor dir liegt eine wichtige Aufgabe. Wischel? Ich trage meinen Virus in die Welt hinaus, mein Freund, auf dass diese Geräte meinen Zappen spüren und vor weitem Leid auf die Knie fangen. Naja, das war jetzt noch das Titel. Was? Ich trage mich schon einmal. Kleidung, das war jetzt schon immer ein. Das ist ein bisschen wichtig. Ich trage dich auseinanderset. Ich trage mich. Alles klar, dass wir hier Module aufhören. Wie? Ich trage mich nicht. Die du hier? Es ist ein solches Thema. Und, nur noch Sie? Es ist dann zu spät. Die du hier? nicht ja nein ja 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 ich ja ja Das knallt da aber richtig im Arsch und du hast das. Wenn du dich da wieder findest du, weißt du nicht, ja. Na, sind zu cool mit dir? Komm, Drexel! Die Löchel voll sind zerschossen. Das ist blind gewesen. Einer ist das Bauer! Mach bitte her! Geht du nie! Geht du nicht! Die Löchel voll sind zerschön. 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 Ich hab das hier auf der Wand gelegt. Die Löchel voll sind zerschön. Das ist mehr für euch! Oh nein. Muss ich da runter? Es ist manchmal nicht vorgegangen. Den muss ich runter, ja. Was ist das? Was ist das? Ja, beweg dich nicht. Ja, beweg dich nicht. Was ist das? 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 Ja, ich bin ziemlich normal.